Willkommen im Netz des Weltenwebers. Die neue Unnerved Arcana zum Thema 1D&D ist rausgekommen und dieses Mal geht es um, wie ihr schon seht, The Cleric and Revised Species. Das spricht auch gleich den ersten Elefanten im Raum an, denn man hat sich von dem Begriff Race verabschiedet. Es ist jetzt Species, womit man so ein bisschen dem deutschen Beispiel folgt, das den Begriff Rasse nicht nutzt, sondern eben Volk ist es, glaube ich. Es gibt gute Argumente für andere Begriffe potenziell, sowas wie Lineage oder Kin beispielsweise, aber das ist ein Thema, über das andere Leute wesentlich besser reden können als ich. Ich möchte mich hier aufs Gameplay fokussieren und das Thema anderen überlassen, die da mehr drin sind als ich. Fangen wir also gleich an mit dem Cleric. Der Cleric ist die erste Priesterklasse, die wir bekommen haben. Der Druide und der Paladin folgen wahrscheinlich noch. Analog zu den anderen Klassen bekommt der Cleric sein großes Feed, die Greater Divine Intervention, bereits auf Level 18 und kriegt dafür auf Level 20 einen Epic Boon, wie bei den anderen Klassen auch. Channel Divinity ist etwas vielseitiger geworden. Nicht nur, dass man sie jetzt auf Level 1 bekommt, man hat jetzt auch den sogenannten Divine Spark, was so eine Art Mischung aus der heiligen Flamme und dem heilenden Wort ist. Nicht ganz so gut wie beides in meinen Augen. Es ist eher noch dran an der heiligen Flamme, aufgrund der Tatsache, dass heilende Flamme halt auch nur ein Zaubertrick ist. Dafür ist es von den Ressourcen her begrenzter. Es macht die Channel Divinity aber definitiv vielseitiger. Auch Turn Undead ist ein bisschen bearbeitet worden. Es schwächt die Untoten jetzt wesentlich mehr ab, überwiegend in die Richtung, dass sie jetzt wirklich nur noch vor dem Priester fliehen können. Und auch wenn sie nicht gefreitend sind, dass effektiv eigentlich doch sind. Sie haben lediglich keinen Nachteil, solange sie ihn noch sehen können. Das finde ich an sich soweit ganz gut. Channel Divinity war immer etwas, nennen wir es situational, und dadurch kriegt es definitiv ein bisschen mehr Nutzen. Auch abseits davon, dass wahrscheinlich die Unterklassen des Priesters immer noch Boni für ihr Channel Divinity jeweils bekommen. Neu sind die sogenannten Holy Orders, die den Kleriker in drei unterschiedliche Arten aufsplitten. Den Protector, den Scholar und den Thaumaturk. Die gefallen mir an sich sehr gut, insbesondere die Idee, dass es ihn etwas vielseitiger macht. Es erinnert mich so ein bisschen an die unterschiedlichen Paktarten des Hexenmeisters. Mehr Unterklassen. Ich frage mich allerdings, ob der Protector Orden den Paladin überflüssig machen könnte. Aber das werden wir sehen, wenn der Paladin rauskommt. An sich sind die drei untereinander recht gut. Ich finde nur, dass der Scholar einen kleinen Buff vertragen könnte. Nichts Großes, nur irgendein kleines Goodie. Der Smite Undead auf Level 5 ist definitiv sehr viel stärker geworden. Es zerstört jetzt nicht einfach Untote unterhalb eines gewissen Levels, abhängig vom eigenen Level, sondern fügt ihnen Radiant Damage zu. Das bleibt analog tatsächlich so ungefähr gleich, dass mit dem durchschnittlichen Schaden, den man da würfelt oder leichter runter, die meisten schwächeren Untoten sofort zerstört. Und auch größere sind jetzt vom Smite Undead definitiv gefährdet. Gefällt mir an sich sehr gut. Die Blessed Strikes des Klerikers sind jetzt nicht mehr allgemein für die Heildomäne, sondern generell verfügbar. Es ist so eine Art Mini-Divine Smite des Paladins. Ist generell auch ein bisschen verbessert worden, da es jetzt auch mit Zaubertricks funktioniert. Macht aber auch nur Sinn, wenn man bedenkt, dass es jetzt den Formaturch Holy Order gibt. Das sind auch allgemein die wichtigsten Dinge. Das meiste andere hat sich jetzt nicht so verändert. Man kann auf Level 9 noch einen zweiten Holy Order nehmen, sollte ich vielleicht noch erwähnen, was einen natürlich noch vielseitiger macht. Wir werden mal sehen, ob der Hexenmeister sich auch weitere Paktkodits aussuchen kann. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das so gemacht wird, auch wenn die einzelnen Pakte dann vielleicht etwas schwächer sein müssten, aber bleiben wir jetzt erstmal beim Kleriker. Die Lebensdomäne des Klerikers hat sich relativ wenig verändert. Leben erhalten und gesegneter Heiler sind etwas nach hinten gerutscht und wie gesagt, die Blessed Strikes sind jetzt allgemein verfügbar. Der Kleriker an sich ist jetzt wesentlich potenziell kampfzentrierter, würde ich es einmal nennen. Bei mir bleibt aber so ein ganz leicht sauerer Nachgeschmack in Form der Frage, inwieweit das den Paladin überhaupt noch notwendig macht. Wenn man einen Kleriker mit den Divine Smites ausstattet, im Grunde genommen ihm die Fähigkeit gibt, schwere Rüstung zu tragen und noch ein paar andere Goodies dazu packt, was unterscheidet ihn dann wirklich noch vom Paladin? Wir werden sehen. Ich für meinen Teil hoffe einfach, dass der Paladin ziemlich stark überarbeitet wurde und wird, wenn der Kleriker solche Goodies bekommt. Aber damit weiter zu den Bezies. Die Artlings sind ein bisschen überarbeitet worden. Es gibt jetzt keine unterschiedlichen Legacies, von denen abhängig ist, was für Sprüche sie lernen können. Sie kriegen jetzt alle einfach nur den Thermatergy Cantrip. War nicht mein Favorit von den unterschiedlichen Legacies, die sie hatten, aber ich kann die Entscheidung verstehen. Dafür gibt es jetzt unterschiedliche Ancestries, die sie haben können. Es gibt den Climber, der schneller klettern kann und der härtere, unbewaffnete Angriffe vornehmen kann. Zweiteres ist in meinen Augen auch der bessere Bonus. Also warum man sie dann Climber nennt, ist mir nicht so ganz klar. Wenn man mit denen einen Mönch baut, dann könnte das schon echt abgehen. Die Flyer sind, na, etwas schwächere Hadosi, würde ich es einmal nennen. Bei dem Racer steht in meinen Stichworten hier einfach nur haha Adventurer go brrr. Das trifft es eigentlich auch ganz gut. Sie können sich schnell bewegen. Kann mir vorstellen, dass das mit Schurken echt nette Kombinationsmöglichkeiten ergibt, mit ihrer Cunning Action und so weiter. Und am Ende die Swimmer haben dasselbe Problem eigentlich wie die Climber. Das, was sie wirklich gut macht oder was das Bessere an ihren Vorzügen ist, nämlich ihre Resistenz gegen Kälteschaden, ist nicht in ihrem Namen drin und ich würde es eigentlich eher deswegen nehmen. Außer man spielt eine Kampagne, die viel auf hoher See spielt. Gute Piraten würden sie definitiv abgeben, auch wenn ich mir einen Piraten mit einem Froschkopf schwer vorstellen kann. Dann doch eher Haie. Die Dragonborn sind auch noch mal ein bisschen überarbeitet worden, da insbesondere ihr Atem. Ihre Odemwaffe ist etwas schwächer geworden. Kann ich eigentlich soweit verstehen. Die alte, also die neue alte aus dem vorletzten Unearthed Arcana war wirklich ein bisschen stark. Dafür haben sie jetzt die Fähigkeit zu fliegen. Jedenfalls kurzzeitig. Trotzdem, ich weiß nicht. Irgendwie überzeugt mich der Draconic Flight nicht so ganz. Da hätte ich mir lieber gewünscht, dass sie die Odemwaffe in ihrer alten Variante belassen. Weil ja, sie war stark, aber nicht zu stark, wenn wir ganz ehrlich sind. Neu sind die Goliaths. Die Halbriesen, die jetzt tatsächlich auch riesige Vorfahren haben, was ihre Spielmechaniken beeinflusst. Am besten von allen ist doch gleich der Erste, der hier aufgelistet wird, der Cloud Giant. Mehrfach am Tag Misty Step gratis? Meine Meinung zu Misty Step ist, dass es einer der stärksten Sprüche überhaupt ist und super vielseitig einsetzbar. Da würde ich mich dann als Feuerriesenspieler ein bisschen veralbert fühlen, denn ja, es sind 1d10 zusätzlicher Feuerschaden, aber Feuer ist die am häufigsten resistierte Schadensart in Dungeons & Dragons mit deutlichem Abstand und es gibt auch nicht wenige, die gegen Feuer rundheraus immun sind. Da sind sogar die Vorzüge der Frostriesen besser. Ja, der Würfel ist kleiner, aber Kälteschaden wird seltener resistiert. Es gibt seltener Immunität dagegen und die Geschwindigkeit eines Wesens zu reduzieren ist potenziell echt mächtig. Bei den Hügelriesen habe ich hier in meinen Notizen einfach nur Mönch mit ungefähr zwölf Ös stehen. Was genau das bedeuten soll, überlasse ich euch. Es hat jedenfalls gute Synergie damit und ersetzt das auch so ein bisschen. Ist nicht schlecht, ist aber auch nicht wirklich überragend. Es kommt halt leider wirklich nichts an die Wolkenriesen heran. Die Steinriesen haben den Bonus der alten Goliaths, den ich immer noch sehr sehr mag und schätze. Ist ein wirklich klasse Tool, um Schaden zu reduzieren. Und die Sturmriesen haben letzten Endes so eine Art Hellish Rebuke mit Blitzen. Darüber hinaus können Goliaths jetzt wachsen. Sie können größer werden, was ihnen eine Menge Vorteile verpasst. Ich würde da vielleicht die Fähigkeiten der Hügelriesen Leute umzuschmeißen bisschen so formulieren, dass wenn sie wachsen, sie auch noch größere Kreaturen umschubsen können. Das würde die Fähigkeit auch echt gut machen. Der Powerful Build und andere Fähigkeiten sind gleich geblieben und wenn man ein Steinriesen Abkommen spielt, dann ist es eigentlich nahezu identisch mit den alten Goliaths. Bleiben ein paar Zaubersprüche, die ich jetzt noch mal diskutieren möchte. Als allererstes Aid. Aid hat jetzt doppelt so viele Leute, die es betreffen kann. Ist an sich logisch, weil die durchschnittliche Abenteuergruppe hat etwa sechs Personen. Das soll wahrscheinlich schlicht und ergreifend vorbeugen, dass man sich die ganze Zeit darum streitet, wer das jetzt bekommt. Zumal fünf temporäre Trefferpunkte für einen Zweitlevel-Spell sind jetzt auch nicht die Welt. Sehe ich wenig Probleme mit. Bei Banishment ist ein wenig eindeutiger formuliert, wie es gemeint ist, bezüglich der Kreaturen, die restlos verbannt werden. Bugskin hat sich sehr stark verändert, gibt jetzt keinen AC-Bonus mehr bzw. sorgt nicht mehr dafür, dass der AC nicht unter 16 fallen kann, sondern es gibt zusätzliche Trefferpunkte. Das macht Sinn in meinen Augen. Eigentlich sind zusätzliche Trefferpunkte in den meisten Fällen sogar besser als Rüstung. Aus verschiedenen Gründen. Für mich als Spielleiter vom Narrativ her, ist es einfach schöner, den Gegner öfter mal zu treffen. Dafür kippt er halt nicht so schnell um. Aus spielmechanischer Sicht ist es ungefähr identisch. Ich müsste das jetzt ein bisschen durchrechnen, um genau zu sagen, was jetzt besser und was schlechter ist. Aber spontan, nach dem, was ich gesehen habe, wird Bugskin dadurch nicht sonderlich stärker oder schwächer. Es nimmt es einfach nur in eine andere Richtung und zwar in eine, die in meinen Augen auch wesentlich logischer ist. Prayer of Healing hat gleichzeitig einen Buff und einen Nerf erfahren. Zum einen betrifft Prayer of Healing jetzt potenziell weniger Leute. Dafür ist es quasi eine Mini-Short Rest mit etwas weniger Trefferpunkten potenziell, aber es regeneriert Ressourcen wie eine Short Rest. Und ganz zum Schluss die Diskussion, die das Internet entzündet. Spiritual Weapon ist jetzt ein Concentration Spell. Ja, was kann man dazu sagen? Spiritual Weapon als Concentration Spell finde ich persönlich tatsächlich angemessen. Schlicht und ergreifend, weil ich einige Gruppen hatte, in denen Spiritual Weapon immer der erste Zauber war, nachdem irgendes Konzentrationsbasiertes gewirkt wurde. Es ist einfach nur fair. Seien wir ehrlich, einen Konzentration Spell aufrechterhalten zu können und gleichzeitig noch Spiritual Weapon ist viel zu stark. Wirklich viel zu stark. Und das ist es eigentlich so im Großen und Ganzen. Dieses Format war jetzt etwas experimenteller, da ich hier jetzt, wie man wahrscheinlich auch hört, obwohl ich das hier ein bisschen schneiden werde, recht freigesprochen habe. Ich habe mich hier lediglich an ein paar Stichpunkten orientiert und das Ganze nicht vom Blatt abgelesen. Wenn euch das besser gefällt als meine alte Variante, wo ich das alles sauber vorgetragen habe, lasst mich das gerne wissen. Wenn euch die alte Variante besser gefallen hat, lasst mich das auch gerne wissen. Je nachdem, was es wird. Ich mache es jetzt wie Wizards of the Coast und richte mich nach eurem Feedback, wie ich das nächste Video mache. Mich würde auch eure Meinung zu dem Ganzen interessieren. Insbesondere zu der Spiritual Weapon Sache. Vielleicht übersehe ich hier auch irgendetwas, weil ich hatte die Diskussion für mich relativ schnell geklärt, auf welcher Seite ich stehe, da die aber so hitzig geführt wird. Vielleicht gibt es da Sachen, die ich übersehe. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, hilft mir natürlich einen Daumen hoch, ein Abo. Ihr kennt das ganze Zeug. Hilft mir wirklich sehr. Zeigt mir, dass das, was ich mache, euch gefällt. Und falls ihr mich irgendwie sonst unterstützen wollt, mein ganzes Zeug ist immer gratis. Und wird es auch immer bleiben. Aber ich habe einen Kofi-Link unten in der Beschreibung. Mal sehen, was Wizards of the Coast aus diesem Unnerved Arcana mitnimmt. Es hört auf jeden Fall auf die Leute. Das ist schon mal gut. Deswegen schreibt ihnen auf jeden Fall, was ihr von der Sache haltet. Ich habe meine Kritikpunkte hier auch schon angebracht, auf Englisch aufgelistet und werde sie auf jeden Fall auch noch mal abschicken. Denn immerhin bis 1D&D rauskommt, ist es noch eine Weile. Und bis dahin haben wir alle definitiv noch die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, damit es wirklich so gut wie irgend möglich wird. Allen anderen Dingen vielleicht zum Trotz. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Bis zum nächsten Mal.